Hallo Leute und herzlich willkommen mal wieder hier zu einem neuen Video auf MZMovies. Heute in diesem Video werde ich voraussichtlich etwas verspätet die Longboat Tour 2019 bekannt geben. Ja, die Longboat Tour 2019, die führt von Fillingenschweddingen im Schwarzwald bis nach Koblenz am Rhein. Ja, das wird jetzt eine richtig lange Longboat Tour und ich zeige euch jetzt einfach mal die einzelnen Etappen. Dieses Video wird voraussichtlich etwas später online sein, wenn ich schon auf Longboat Tour bin, weil es einfach ein paar technische Probleme beim Auflauf gegeben hat. Sorry dafür. Aber naja, am 08.06. startet der erste Tag und dieser geht von Fillingenschweddingen bis Oberndorf am Neckar, das seht ihr hier. Der zweite Tag, der geht von Oberndorf am Neckar bis nach Rottenburg. Der dritte Tag, der geht von Rottenburg bis nach Köngen, vorab vielleicht sogar Wendlingen, das muss man mal gucken. Der vierte Tag geht von Köngen oder Wendlingen über Stuttgart hier bis nach Marbach. Der fünfte Tag geht von Marbach am Neckar bis nach Heilbronn. Am sechsten Tag gibt es dann mal eine Pause. Am siebten Tag geht es dann von Heilbronn bis nach Eberbach mit dem Longboat. Am achten Tag dann von Eberbach bis nach Mannheim. Am neunten Tag dann von Mannheim bis nach Oppenheim an Rhein, das heißt ich bin dann schon am Rhein. Am zehnten Tag dann von Oppenheim bis nach Bingen. Und am elften Tag dann von Bingen bis nach Koblenz. Ich werde dann am achtzehnten sechsten in Koblenz sein und am neunzehnten sechsten werde ich dann mit dem Zug wieder nach Hause fahren. Ja Leute, freut euch auf die Longboat Tour. Es wird auf jeden Fall eine richtig nice Tour. Ich habe auch richtig Bock da drauf. Und ja, die Vlogs werden dann wieder nach und nach online kommen. Das wird schon nicht so wie die Longboat Tour letztes Jahr sein. Also dann, freut euch auf die Longboat Tour. Ich habe auch Bock zu fahren. Und dann sehen wir uns einfach nach der Tour, denke ich nochmal. Fazit gibt es so oder so noch. Also dann, haut rein und ciao. Tschau. Ciao. Ciao. Ciao.